Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Mike Tyson trainiert Francis Ngannou für den Kampf gegen Tyson Fury, aber er trainiert ihn offenbar nicht wirklich vor seinem Kampf gegen Tyson Fury, sondern nur das, was wir bis jetzt auch wirklich auf Social Media gesehen haben. Und wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, lasst doch unbedingt gerne ein Like und ein Abo da, weil 60% von meinen ganzen Zuschauern in den letzten 28 Tagen mir kein Abo gegönnt haben. Tut dies doch gerne, bleibt immer auf dem neuesten Stand und schaut bei ESN vorbei. Mit dem Code NoTime könnt ihr mich supporten. Im vergangenen Monat war Iron Mike Tyson in mehreren Videos und Trainingseinheiten zu sehen, in denen er Ngannou vor seinem Boxdebüt gegen den Schwergewitz-Boxchampion Fury Tipps gab. Laut Kevin Lowell von Yahoo Sports ist das Training von Ngannou durch Tyson ein Marketing-Trick der Saudis, um das Interesse der Fans an dem Kampf zu wecken. Lowell stellt fest, dass Mike für seinen Auftritt sehr, sehr gut bezahlt wird. Die Saudis haben Mike Tyson dafür bezahlt, als Trainer von Francis Ngannou aufzutreten, in Anführungsstrichen, und zwar sehr, sehr, sehr großzügig, wie ich höre, sagte er. Sie fliegen prominente Boxer ein, darunter Pacquiao, Duren, Morales, Big Forge Foreman, Barrera, Joe Casale, Tommy Hearns, Frank Bruno, Floyd Mayweather und viele andere werden auch kommen. Er hat Francis Ngannou nicht trainiert, aber sie dachten, Seine Anwesenheit würde der Veranstaltung Aufmerksamkeit verschaffen. Dway Cooper hat Francis Ngannou in Wirklichkeit trainiert. In einem Interview in dieser Woche lobte Fury die Rolle von Tyson bei der Förderung des Kampfes. Es ist sehr gut für Mike, sagte er, Teil dieser Promotion zu sein. Er hat einen guten Job bei der Promotion von Francis gemacht, sagte Fury gegenüber CBS Sports. Was für eine Freude, eine lebende Legende zu haben, denn das ist es, was Mike Tyson meiner Meinung nach ist. Eine lebende Legende an diesem Abend im gleichen Boxring wie ich zu haben, ist fantastisch. Und die Tatsache, dass ich nach dem Mann benannt bin, der später selbst Weltmeister im Schwergewicht wurde und dass die beiden Jungs aufeinandertreffen, ist fantastisch. Ich bin sehr, sehr glücklich. Und ja, Freunde, natürlich war es uns klar, dass Mike Tyson jetzt nicht unbedingt jeden Tag mit Francis Ngannou abhängt und ihn da möglicherweise coacht, aber die Medien und die Saudis wollten uns ja dieses Bild vermitteln, dass Mike Tyson wirklich der Head Coach von Francis Ngannou ist. Bin mir auch zu 90% sicher, dass Mike Tyson trotzdem in der Ecke von Francis Ngannou ist und ihn natürlich irgendwo ein bisschen coacht und versucht, ihn hier gut vorzubereiten, mental auf jeden Fall. Aber das richtige Boxtraining hat ein Gannou woanders. Krasse Nummer. Schreibt mir auch immer in die Kommentare, lasst ein Like und Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei Nottime. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.